Und vielleicht hier noch ein Platz ist, bitte. Helge, können wir noch mal ein Lächeln kommen? Vielen Dank, ja. Schönen Abend, bitte. Ah, nichts zu danken. Schönen Abend. Helge? Auch mit der Bär geht's. Können wir euch mal zusammen machen? Ja. Warum stehst du nicht mal wieder? Nein, da ist so viel vor. So voll. Du auch? Helge? Helge? Hier, Lara. Kann mir noch ein Foto machen? Ja. Jo. Jo. Danke. Danke schön. Nicht zu danken. So. Wieso bist du nicht drin? Ja, da sind wir ja gleich noch mal. So, guck mal. Kannst du ein Bild machen? Und jetzt hier auch noch mal. Ja. Ja. So. Oh, da fangt schon an. Der ist da drin. Nein, da fangt nicht. Ey, sag mal schnell. Hallo. Wir haben uns auf dich gewartet. Wer bist du denn? Katalina. Was? Katalina. Katalina. Aus Katalanen? Ja, ich hab Katalina gewartet. In der letzten Stunde. Katalina. Toll. Wie alt bist du denn? Sechs schon? Bist schon sechs, ne? Äh, vier, ne? Fünf? Ich fass nicht. Er hat nur das kleine Bildschirm. Ah.